Was die Teilnehmenden im MOOC gelernt haben, können Sie selbst mit Hilfe des Self-Assessment-Quizzes am Ende jeder Lektion überprüfen. Da die Quizzes Voraussetzung für den Kursabschluss sind, müsst ihr bei den Einstellungen gut aufpassen. Er erstellt ein Quiz wie üblich im Bearbeitungsmodus über Aktivität oder Material anlegen und wählt die Aktivität Test. Beim Namen des Quizzes empfehlen wir euch die Lektion dazu zu schreiben. Zum Beispiel Quiz der Lektion 1. Die nächste wichtige Einstellung betrifft die Bewertung. Hier gebt ihr als Bestehensgrenze 7,5 ein, da Quizzes auf iMOOX erst ab 75% als abgeschlossen zählen. Die erlaubten Versuche, nämlich 5, sind bereits vorab richtig eingestellt. Die Teilnehmenden sollen das Quiz nicht selbst als abgeschlossen definieren können. Deshalb ist es essentiell, dass der Aktivitätsabschluss beim Quiz angepasst wird. Bei der Abschlussverfolgung stellt ihr also bitte auf Abschluss, wenn alle Bedingungen erfüllt sind. Danach hakt unbedingt an, dass eine Bewertung und das Erreichen der Bestehensgrenze notwendig sind, um die Aktivität abzuschließen. Alle weiteren Einstellungen lasst ihr so, wie sie sind. Das ist nämlich schon alles richtig eingestellt. Klickt nun auf Speichern und Anzeigen. Jetzt haben wir zwar die leere Quizhülle erstellt, diese muss aber noch mit Fragen befüllt werden. Dafür klickt ihr auf Frage hinzufügen. Ihr erstellt eine neue Frage, indem ihr auf Hinzufügen neue Frage klickt. Jetzt habt ihr die Qual der Wahl. Ihr könnt unterschiedliche Fragetypen für euer Quiz verwenden. Bitte nur nicht die Freitextfrage, da diese nicht automatisiert ausgewertet werden kann. Wir gehen jetzt auf den häufigsten Fragetyp, die Multiple Choice Frage ein. Der Fragetitel ist nur für euch als Erstellerinnen einsehbar. Wir empfehlen euch hier, einen aussagekräftigen Fragetitel zu wählen. Der Fragetext ist nun die tatsächliche Frage, die den Teilnehmenden angezeigt wird. Es handelt sich hier wieder um ein altbekanntes Textfeld. Nun müsst ihr euch noch überlegen, wie viele Antworten ihr erlaubt, also ob ihr Single Choice oder Multiple Choice wollt. Als nächstes gebt ihr die möglichen Antworten ein. Habt ihr euch oberhalb für Single Choice entschieden, gebt ihr der richtigen Antwort eine Bewertung von 100%. Die falschen Antworten erhalten keine Bewertung. Habt ihr jedoch Multiple Choice ausgewählt, gilt es folgendes zu beachten. Richtige Antworten müssen in Summe 100% ergeben. Habt ihr z.B. drei richtige Antworten, bekommt jede 33,33%. Achtung! Bei Multiple Choice müsst ihr den falschen Antworten negative Bewertungen geben, damit die Teilnehmenden durch das Anhaken aller Antworten nicht die volle Punktzahl bekommen. Aber keine Sorge, die Punkte auf eine Frage können nicht weniger als Null werden. Jetzt nur noch speichern und die erste Quizfrage ist fertig. Genauso erstellt ihr eure weiteren Quizfragen. Bitte beachtet, die beste Bewertung mit 10 Punkten verändert ihr nicht. Diese Einstellung passt bereits. Jetzt wollt ihr bestimmt noch wissen, wie euer Quiz für die Teilnehmenden aussieht. Dafür geht ihr wieder in die Lektion, wo euer Quiz liegt, öffnet das Quiz und klickt auf Testvorschau. Sollte euch dabei auffallen, dass ihr doch noch etwas verändern wollt, könnt ihr die Frage direkt bearbeiten. So könnt ihr alle Quizzes eures MOOCs erstellen. Dann bin ich handful und mit halen troisième und Anyway, die編號 auf sie